Im heutigen Video, oder besser gesagt im heutigen Vlog, werden wir von Deutschland nach Gaziantep reisen. Wir fahren zusammen an den Flughafen, steigen zusammen in den Flieger, wir treffen noch zufällig Leute aus München. Mit denen werden wir dann auch noch schön essen gehen. Einfach München, 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 München. Heute werden wir was essen? Wie heißt das nochmal? Ich hab's vergessen. Am Flughafen Toast. Sujuk Toast? Was noch? Der schlechteste Sujuk Toast der Erde wahrscheinlich. 70 Lira am an der Sochtung. Behran, Adana Kebab und Behin. Behin, für die Leute, die es nicht wissen, das ist Gehirn vom Schaf. Das war's eigentlich auch schon mit dem Intro. Viel Spaß in diesem Video. So Freunde, und jetzt ist das Problem, ich muss Koffer runter tragen. Samias Papa, Samias Mama, Samia und ich fahren an den Flughafen. Die drei fliegen wieder nach Kairo und ich fliege nach Antep. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel Gepäck. Koffer Nummer eins. Koffer Nummer zwei. Oh mein Gott, ist der schwer. Kado am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen oder bereitet Kummer und Sorgen. Koffer Nummer drei. Ja, warum ich die Koffer trage, ist ja wohl klar, war ich schwarz mit Spaß. Sechs, eineinhalb Stunden später. Nicht sechseinhalb Stunden später, aber 15 Minuten später, sagen wir es mal so. Leute, die Koffer sind gepackt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Koffer. Ein Koffer davon gehört mir und ich habe noch einen Rucksack dabei. Wir haben es jetzt, keine Ahnung wie viel Uhr, noch nicht mal. Doch, halb zehn müsste es sein und es geht los nach Antep. Ich freue mich und wir werden heute in Antep einen Laden probieren. Seid gespannt, es wird lecker. Ich habe extra Emre gefragt, hey, wenn ich komme, was wäre das Geilste zu essen? Und er hat mir gesagt, das sage ich euch noch nicht. Hey, 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 hey. Guten Morgen. Guten Morgen. Wo geht es denn für dich in den Urlaub? Nach Kairo. Zum Urlaub. Zum Urlaub. So, Freunde, angekommen am Flughafen. Jetzt muss ich zu Terminal 1, oder? Ich muss zu 1 und die müssen zu 2. Ich lasse mich lieber alleine. Tschüss. Tschüss. Los geht die Reise, Freunde. Zum Check-in, bitte. Ja. Wie ist es an deinem alten Arbeitsplatz zu sein? Komisch. Wann baut man solche Matten, dass es schwerer ist, ihn in den Koffer zu schieben? Wann macht man das? Willkommen am Münchner Flughafen, Freunde. Ein Hotdog Food Truck. Cool. Da ist der beste Verein der Welt, FC Bayern München. Was ich aber sagen muss, ich bin oft vom Münchner Flughafen geflogen. Ich habe den Flughafen echt noch nicht wirklich verstanden. Ja, aber ansonsten läuft. Wir sind pünktlich. Und schauen wir mal, ob da eine dicke Schlange ist oder nicht. Fette, fette Schlange, gar keinen Bock. Online-Check-in. Mach jetzt Online-Check-in, dann bist du hier. Mach schnell, geht ganz schnell. Machst du's. Welches Internet benutzt du? Safari. Aber da habe ich manchmal geheime Seiten auf, wenn ich schaue. Während Samir jetzt für mich kurz den Online-Check-in macht, damit ich nicht an der Schlange anstehen muss, warten wir hier kurz. Und ich würde sagen, wir sehen uns nach der Security-Kontrolle wieder. Bye, bye. So Freunde, von Samir habe ich mich jetzt verabschiedet. Leider habe ich es noch nicht gefilmt. Ich habe es vergessen. Und ja, hier noch eine kleine Nachricht von Samir für euch. So Leute, ich habe jetzt Randy abgeliefert bei der Sicherheitskontrolle. Wir haben uns verabschiedet. Und jetzt geht es für mich auch durch die Security. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß in Gazi, Antep. Und Randy natürlich auch. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ja, jetzt warten wir am Gate. Und checken dann ein. Wir sind durch. Jetzt geht's los. Was krass ist, ich wurde nicht nach Test, nach irgendwas, Impfung, nach gar nichts gefragt. Ich habe mich einfach auf den falschen Platz gesetzt, Freunde. Aber jetzt 18B, ich saß 18E. Video, YouTube. Zirka halbe Stunde, 45 Minuten und wir sind da, Freunde. Ich kann es nicht mehr abfahren. Man sieht leicht die Wolken. Wir sind schätzungsweise 500 Meter über den Wolken, würde ich mal sagen. Dann gibt es eine Landung. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe dem Flugzeug extra nichts gegessen. Wir sind die Verlängerung gegangen mit Nicht-Essen. Da haben wir den Salat. Hier gibt es nichts zu essen. Duty-Free-Shop verkauft nur Zigaretten und Alkohol. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Jetzt müssen wir mal schauen. Ganz kurz. Hier kann man sehen, oder? Gazi Antep. Eigentlich wäre der um 20.30 Uhr gegangen. Jetzt hat er schon eine Stunde, 15 Verspätung. Thumbs down, Freunde. Aber es ist dann Zeit, was zu essen, auf jeden Fall. Do you have Sucuk toast or something? Yes, Sucuk toast, but Salami and cheese. Yeah, okay. I take one. And one Lipton iced tea. Lemon. Nein, ich schwöre in drei Tagen das erste Mal, dass ich nicht Wasser trinke. 70 Lira. Thank you so much. Can I have a receipt? 70 Lira haben wir nach Sochtung. Thank you. Goodbye. Thank you. Bye bye. So, Freunde, wir sitzen vor dem Gate. Wir haben es geschafft. Gate 122. Wir sind da. Ich freue mich auf den Sucuk toast mit Salami und Käse. Wie lange nicht mehr. 70 Lira haben wir nach. Ich liebe diese Salami, diese Farbe, diese Salami. Das ist einfach nice. Ich muss ehrlich sagen, ist viel zu wenig drin und viel zu brotig, aber Flughafenessen halt. Merkt euch diesen Preis. 70 Lira. Für dieses Essen. Zeigt euch, was man für 70 Lira in Antep bekommt. Es gibt nur eine Frage, die du beantworten musst. Gibt es noch Döner, wenn ich komme? Oh mein Gott. Was machen wir? Ja, Freunde, ihr habt es gehört. Wir sind uns nicht sicher, ob wir Döner erwischen. Ich verspreche euch aber eins. Wir werden ja sehr, sehr viele Videos drehen. Das ist ja ein Tipp. Das ist geplant. Wir werden auch noch in der Umgebung Türkei was machen. Und wir reisen noch in ein ganz anderes Land. Freunde, es ist windig. Es ist kalt. Ich sage es euch ehrlich. Ich habe eine Jacke dabei. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ich musste zwei Stunden irgendwo rumsitzen. Ich hatte früher auch nicht. Ich habe einen Horrorflug. Wir sind auf den Maldiven geflogen. Beim Rückflug von den Maldiven war es ein Horrorflug. Da ist das Flugzeug vorne. Ja, oder? Die Landung war heftig vorher. Einfach Leute aus München getroffen, Freunde. Die nach Antep fliegen. Essen probieren. So ist es. Ich werde jetzt nicht mehr filmen. Wir sehen uns in Antep. Irgendwann später. Einfach Koffer falsch geliefert. Ich sage allerdings, ich schicke euch fünf Leute außen raus. Hier sind die. Ich schwere, ich wäre alleine nie drauf gekommen, dass Koffer hier ist. Was geht? Was geht? Oh, jeder. Der Schönste war an dieser Erde. Was geht? Du bist schöner, Bruder. Wir nehmen die Jungs vielleicht mit, noch was essen. Also nicht mitnehmen, sondern die schauen, was wir essen können. Haben die Auto. Ja, die holen. Freunde, wir sind in Antep. Falls ihr euch an die ersten Vlogs von mir erinnern könnt. So hat das gestartet. Das weißt du noch, Bro. Aber anderer Flughafen. Anderer Flughafen? Ja, und jetzt, Freunde, wir haben noch ein paar Münchner kennengelernt. Werden wir was essen gehen. Wo ist die S-Klasse, wenn ich komme? Ich weiß nicht mal, was das für eine Marke ist. Ey, ich schwöre, dein Koffer passt nicht mehr rein. Laber nicht. Ich schwöre, der passt nicht rein. Ich werde auch nicht mithelfen. Oha. Egal, geht schon, mach einfach zu. War eh schon zu. Ja, so wird es nicht gehen. Ey, ich sitze hinten, als wärst du mein Chauffeur. Spaß. Alter, hab ich dich vermisst. Digga, wir haben uns einfach ein Jahr nicht gesehen, gell? Ja, Mann. Stark. Ein ganzes Jahr, Digga. Genau. Ich schwöre, bis in ein Jahr und drei Wochen, da war ich hier. Bruder, ich will nur essen und duschen und ein Bier. Was heißt Bier auf Türkisch? Bira. 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 Hey, ich schreibe dir gleich auf Insta wegen Location, okay? Passt. Wie fahrt ihr das? Dann guckst ihr ihn zum Büro. Ja, ja. Mann, steckerte Game. Tamam, ciao. Ich hab's echt geschaut, mit Flieger zu spät zu kommen. Ich schwöre, einer schaffte es zwei Stunden, mit dem Flieger zu spät zu kommen. Als wär's meine Schuld. Alle, die dieses Video oder meinen Kanal noch nicht abonniert haben, abonnieren den. Wir gehen jetzt lecker essen. Es war ein langer, langer Weg. Ihr wart komplett dabei und freut euch auf die Antep-Videos. Und vielleicht kommt noch ein Special Guest. Yes. Digga, was für ein Wetter, Mann. Die Geist ist krank. Sahin Usta. Yeah, welcome to Gaziantep. Jetzt kriegst du einen auf die Fresse. Bruder. Er ist ein bisschen übertrieben, glaub ich. Er ist übertrieben. Schau, was willst du essen von dem Fleisch? Direkt Adana-Spieß, oder? Ja. Schauen wir mal, was Adana-Spieß im Gaziantep so kann. So mein Freund, wie geht's dir? Wie geht's gut, wie geht's dir? Auch gut. Die Community hat dich vermisst. Du lügst. Ich lüge. Ich will Portionen und Dürüm selber bauen. Was geht, Männer? Affe, das ist ein bisschen. Oh, oh. Also, das ist unsere Spezialität. Traust du dich zeigen, ich hab schon einmal abgeführt. Sag einmal. Wir haben hier Zwiebel, wir haben Cheeköfte, das ist Kirmeselahana. Kraut. Kraut, ja. Was auf jeden Fall auffällt, Freunde, ihr habt es gerade gesehen, wir sind straight rein. Der Koch, komm, er hat mich so gezogen direkt. Komm in diese Küche, film einmal, wie ich Feuer mache. Oh, diese oder was? Oh. Welcome to Gaziantep. Diese Säure, gell? Kennt ihr es, wenn ihr lange nichts gegessen habt? Diese Säure geht direkt in diesen Muskel hier hinten rein. Ich kann nicht mehr. So lecker war das. Zitrone, Freunde, Cheeköfte. Oh. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich muss meine Gabel ein und klappt. Ich bin in. Ich teile mein Brot mit dir. Kuss geht raus. Boah. Freunde, falls ihr nicht wisst, was das ist, erklär es einmal. Das ist einfach das Gehirn. Vom Schaf, oder? Ja. Stell dir vor, das wäre ein Rührei mit Sucuk. Ja. Nimmst du es so? Das ist heiß, oder? Ihr nehmt euch hier ein bisschen Gehirn vom Schaf. Lass es schmecken. Das ist Vati. Vati, Vati. Dieses Schafsgehirn schmeckt wie das beste Hühnchen. Es schmeckt wirklich lecker. Ich kann es nicht. Hättest du es mir damals gesagt, ich hätte es nicht gegessen. Schaut mal, wer da kommt. Bruder. Das hat Ektik. Echt? Wir haben fast stehen geblieben. Hockt euch dazu. Die schieben noch einen Tisch. Wir haben fünf Liter getankt. Das Haus hat die ganze Zeit gestoppt. Lama nicht. Wir sind auf die Tankstelle angekommen, Benzin aus. Oida. Ja, Jungs. Mädels. Mädels und Jungs. Die Jungs habe ich am Flughafen kennengelernt. Jetzt sitzen wir hier. Seht ihr, Türkei ist Familie. So Männer, guten Appetit, ja? Danke dir auch. Es ist wie eine Familie jetzt hier zu essen, ich schwör's euch. Ich bin sehr froh, euch getroffen zu haben. Ebenso. Du kennst dich aus, du bist aus Adana. Du musst jetzt sagen, ob es schmeckt. Ja, nein. Ich glaube, aber nicht zu laut. Okay. Du darfst ehrlich sagen. So macht man das, oder was? Ja, ich mache mir Mandirum draus. Ja. Zitrone, Petersilie. Zitrone macht nicht jeder. Dann habe ich noch ein bisschen Salat drauf. Viele machen aber keinen Salat drauf. Die hauen eigentlich bloß per Kansi und ein bisschen Zwiebel drauf. Okay. Machst du die Zwiebel auf? Ja, muss. So, und dann schön den Wrap drauf machen. Stark. Und jetzt die erste Wissen. Ist das gut? Der, der aus Adana kommt, hat gesagt, ist gut. Ist nur scharf, hat er gesagt. Da ich scharf liebe, 10 von 10. Wir packen einen schönen Adana-Spieß hier in diese Mitte. Was darf nicht fehlen? Zwiebeln. Und was Emre nicht weiß, das heißt Petersilie. So, ein bisschen Kraut. So, das Angebrannte nehmen wir nicht. Wir machen das Angebrannte weg. Machen diese Tomate hier so. Afiyet olsun. Willkommen in Gazi Ante. Einfach München, 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 Stuttgart. Und die beiden kennen sich über Connections auch aus Stuttgart. So klein ist die Welt. Ja, Mann. Ja, Freunde. Danke fürs Einschalten. Liken, kommentieren nicht vergessen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn. Und freut euch auf die weiteren Gazi Ante Videos. Gazi Ante, Şahin Usta, Kellepaça, Bumbar, Kebapçeşitleri. Hepsi vardır, efendim. Jetzt nochmal abschließende Worte, Freunde. Kuss geht raus an die Jungs aus München, Erding. Die haben uns sogar eingeladen jetzt. Ich wollte die eigentlich einladen, aber ihr kennt das mit Türken, Bruder. Es ist Katastrophe. Und ja, wir genießen jetzt den Abend. Starten jetzt Ante langsam. Freut euch auf die nächsten Videos. Peace.